es lebten einmal zwei elefanten marie und leo die beide besuchten ihren freund tom hallo leute aber könnt ihr bitte ein bisschen leise sein beide gehen in zehn spitzchen zu dem haus und da kam tom hallo leute dank dass wir euch mit gta spielen wollte sag mal ruhig sein opa schläft noch alter hey komm jetzt gta zocken ok und so zocken alle gta 5 doch leider haben sie lautstellt ein bisschen zu laut eingestellt hey leute ein bisschen leise in gta was zu 10 jahren raus ist sorry papa also mussten die xbox 360 ausmachen doch er doch leo hat eine idee er kann es mal mario kart zocken und das war sehr leute ich habe euch schon mal gesagt hört auf das zu zocken das ist zu laut macht bitte ein bisschen leise aber können die konsole noch lassen sorry papa oh lassen einfach nur super mario ball spielen das war leise bis die freunde verloren haben ach verdammt nicht schon wieder ok jetzt reicht es macht sofort die wii aus ich habe dir gesagt macht leise ja sorry papa heute muss man halt schreien bei gaming wenn du so alt wärst wie ich dann wirst du es verstehen ach was machen wir jetzt bloß hey lassen einfach ein youtube video angucken weil da werden wir schon nicht ausrasten auch ok ich wäre dir x1 aus auch was war das denn meinten die wer schnarch denn so laut meinten die mal gucken wir mal nach uns das war ja Okay, ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Komm, wir gehen. Alle vier gehen ganz leise nach unten. So, dass es keiner hört. Wir machen die Tür auf. Es war... Der Opa von Tom. Beide lachten. Der schnarcht ja mehr als wir. Der ist ja mehr laut als wir. Was soll das, Mann? Aber trotzdem fanden sie es ein bisschen lustig. Und jetzt spielten sie, was sie wollen, aber ein bisschen leiser. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.